Forscher des Fraunhofer ESI-Instituts haben für die Story ausgerechnet, dass ein Elektroauto mit einer nur 40 Kilowattstunden großen Batterie, das mit Strom aus der Steckdose geladen wird, 72.000 Kilometer braucht, um einen CO2-Vorteil gegenüber einem Benziner zu erreichen. Bei einer 58 Kilowattstunden großen Batterie sind es schon 100.000 Kilometer. Und ein E-Auto mit einer Batterie wie der des Audi e-tron fährt stolze 166.000 Kilometer bis zu einem Klimavorteil. In diesem Fall im Vergleich zu einem Diesel. Heißt, für die Herstellung eines Elektroautos wird doppelt so viel Umwelt zerstört wie bei einem Auto mit Verbrennungsmotor. Bei Benzinern und Dieseln kommt überwiegend Stahl zum Einsatz. Schon dafür wird viel Umwelt zerstört. Beim E-Auto sind es vor allem die Batterierohstoffe, die noch größere ökologische Schäden anrichten. Und je größer die Batterie, desto größer der Umweltschaden. Für Forscher ist damit klar, ökologisch gesehen ist der Trend zu Elektroautos mit immer größerer Reichweite Unsinn. Für das Klima und die Umwelt. Einfach nur den Tank durch eine Batterie zu ersetzen, greift zu kurz. Ideen sind schön. Erstens sind sie in dir drin. Elektrifieren dich. Geht vielleicht herzlich hinzu. Geht raus. And Out. In die Welt. Bist du esst. Bist du esst. Bist du esst. Bis zum Beispiel wichtig, mehr schönes. Und sogar mehr... ...Incredibel. Bet artist.